Schockbilder aus Pakistan. Dieses Taliban-Video zeigt 16 pakistanische Polizisten vor ihrer blutigen Hinrichtung. Gefesselt und nebeneinander aufgereiht werden die Männer von vermummten Taliban-Kämpfern erschossen. Nach Angaben eines pakistanischen Armeesprechers waren die Polizisten im Juni bei einem Überfall im Nordwesten Pakistans gefangen genommen worden. Jetzt starben sie im Kugelhagel der Terrorgruppe. Im Video behaupten die Taliban, die Männer hätten Kinder getötet.